Ein einsamer Stein fällt auf staubigen Sand Mord und Vertreibung liegt über totem Land Mit NATO-Logistik, ein Krieg gegen Menschen Die nur für ihr Recht auf Selbstbestimmung kämpfen Siyanat, Nitschiff, Schärverkehr, Mutan Endliche Säuberung als Vögelkrieg, Natan Erschossene Familien, hinausgewandt und dafür durch Japan Das Demokratie wird die Endes unvollzogen Vichy, 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 Kurdistan Vichy, 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 Kurdistan Ein Verbot jeden Marsch bezeichner Identität Aus Sprache, Kultur ihrer Nationalität Von Agrar-Faschisten auf Bergkirchen reduziert Weil Menschen ohne Heime, Menschen ohne Rechte sind Wenn türkische Soldaten mit deutschen Körpermorden Verlagert sich ihr Krieg auch zu Recht Deutsch und Boden Denn jedes ist Erbrennung, ist der Schlag ins Gesicht Und statt Doppelmoral in ihrem Menschheitserspruch Vichy, 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 Kurdistan Vichy, 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 Kurdistan Dieses Leben ist für ALD Die sich Tag für Tag an den Völkernloch gegen kurzen Menschen verantwortlich machen Für Heckler und Koch, MBB, MTU, Donye, AEG Und alle anderen Kriegsgewinnlern Die mit ihren Waffenexperten in Türkei aktiv In der Zerschlagung des kurzen Freiskampfs beteiligt sind Für die Bundesregierung Die trotz eindeutiger Beweise wie Fotos und Zeugenaussagen durch den Erfüllungskünften Kicke verlaufen lässt Das da aus nicht 100% hervorgeht, dass deutsche Waffen in Kurdistan eingesetzt würden Und die trotz des Wissens für Zollteile und Mordung zu verhaften Kurden in ihren möglichen Tod abschieben Für die NATO Die weiter in der UK als NATO-Staat festhalten Und so ihren Fuß in den Türzeigen nahen Osten zu behalten Und in den Wirtschaftsinteressen ihrer Mitgliedstaaten wichtiger sind Das Giftkass und Griffe auf kurdische Dörfer Für die türkische Regierung Die bis heute keine kurdische Identität anerkennt Die wird den entdeckmantelnden Demokratiefamilien am Wortmatchen Dass sie ihren Wörter vertraten, um ihr Land zu zerstören Die pro-kutschen Journalisten und Abgeordneten verhaften Freunde an ihm hinrichten lässt Doch die Geschichte zeigt Dass ein Krieg gegen einen Freund, gegen den angestammten Gebiet aus Zimmer zur Niederlage führen wird Den Amerikaner nehmen Vietnam, den Türken Kurdistan Ein Verbot jeder Nachschutz eigener Identität Auch Sprache, Kultur ihrer Nationalität Von agrarfaschisten auf der Türken reduziert Das ist das Kurdische Bewusstsein, das am Ende siegen wird BG 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 Kudestan BG 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 Kudestan BG 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 Kudestan Bichy, Bichy, Bichy Kordesan, Bichy Kordesan